Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Bad Wars mit dem Markus. Hallöchen. Und mit mir natürlich. Und auf der Map Fantasy ein 4x2, glaube ich. Das wird ein fantastisches Abenteuer. Ja, es wird... Sehr fantastisch. Es wird fantastisch. Fantastisch. Gut, ich versuche mal zu bauen. Diese Folge wird präsentiert von Fanta. Frisch. Fanta Classic mit... Wie war das? Wie machen die das mit Fanta Classic? Mit irgendeinem Milchprodukt, ne? Weiß ich gar nicht. Da ist irgendein Molkerei-Erzeugnis drin. Soll ich Steine kaufen? Ich glaube, ich habe nicht genug für Mitte. Na toll, dann sterbe ich gleich wieder beim Versuch zu bauen. Du kannst ja auch mir die Steine geben. Die Übergabe dauert leider 1,5 Sekunden. Das dauert zu lange. Wir sind gleich, wenn... Doch, das könnte reichen, oder? Reicht das? Nein. Okay, es hat nicht gereicht. Ja, dann renn am besten direkt mit dem Gold irgendwie zurück oder so. Ich weiß nicht. Hier ist so viel. Ich weiß nicht, wie viele waren da? Neun Stück. Ich nehme Wetten entgegen, dass ich jetzt sterbe. Hinter dir läuft keiner. Ich habe anscheinend eine gute Tempo vorgelegt, obwohl ich mich geübert habe. Ich komme mir direkt in Zweierbogen, ne? Ja, ja, ja. Kannst du... Da kommt einer! Da kommt einer! Ah! Der Bogen, der Bogen, der Bogen! Panikattacke, Panikattacke! Hast du ihn? Ich habe den Weg unter ihm abgebaut, quasi. Sehr schön. Dann habe ich nur ein Gold, welches ich panisch gekauft habe. Ich habe es. Ach ja, Eisen war hier bei den Ballons, ne? Mhm, da müssen wir uns auch noch hinbauen. Schade, dass man mit einem Gold nicht wirklich was machen kann. Kriege ich ihn? Kriege ich ihn? Boom! Nein. Pass auf, vor dir ist auch einer, ne? Ja, ja. Wow, war das mein Fall? Ja, das war mein Fall. Ich darf mich schon selbst erschrecken, Alter. Gib dir Support, Bro. Ich gebe dir Support. Ach, durch den Treffer ist der so gesprungen, dass ich... Ich höre Pfeile. Sind das meine? Ich bin mir nicht sicher. Die Arme von rechts kommen jetzt erst. Tut mir leid. Die Mitte ist leider schon besetzt. Ich laufe die ganze Zeit nur hinter ihm her und kriege ihn einfach nicht. Ich habe ihn jetzt. Sehr schön. Ich habe leider keine... Die von gegenüber, haben die in die Mitte gebaut? Äh, ja. Hm. Verdammt, ich brauche Essen. Ja, dann. Ich hole mir eben welches, ne? Hol dir welches, Baby. Ich kann ja aber nicht garantieren, dass ich die Mitte halten kann. Naja. Eine Rüstung wäre vielleicht auch nicht schlecht, Scheiße. Ja, ich baue gleich zum Eisen. Irgendwie spawnt hier wenig Gold gerade. Da ist einer, glaube ich. Oder bist du das? Weiß ich nicht, ob ich das bin. Ja, du bist der da im Kreis rumläufst. Die von rechts probieren schon wieder. Ich halte hier mal eben auf. Das ist ja noch ein Gold. Wow. Nein. Warum liegen hier eigentlich immer fünf Gold? Nein. Nein. So. Irgendwie will keiner. Irgendwie. Kannst du, warte, ich komme mal in die Mitte. Ich hoffe, von gegenüber kommt jetzt keiner direkt. Das siehst du halt auch nicht, weil die so hoch... Alter, ich habe gesagt, nein. Darf ich zurückgehen? Ich habe nämlich auch... Aber willst du nicht lieber auch zurückgehen? Warte, ich weiß nicht, will ich? Nicht, dass du dann mit dem Bogen verlierst oder so? Weil du kein Eisen hast? Ja, komme ich da eben zurück. Ich meine ja nur. Ich meine die, ich... Ja, ich kann jetzt mal nur halt nicht die von gegenüber kontrollieren, ne? Ist doch nicht schlimm. Und falls einer von der Seite einen Bogen hat, bin ich auch am Arsch. Die bauen sich eher zum Eisen, wie ich sehe. Zu welchem? Nicht bei uns, sondern... Zu dem Gegenüber sozusagen. Die von links. Gut, welches Eisen hole ich mir denn zuerst? In der Mitte ist einer. Und dann gegenüber. Die werden jetzt Gold haben, leider. Ist nicht so tragisch. Weil... Ja, vielleicht haben die schon Gold und wollen mich jetzt runterschießen. Die von rechts wollen schon wieder hier hinkommen. Ist mir leid, kleiner. Oh nein, der kommt. Okay, ich habe ihn. Schön gemacht. Die Frage ist halt, ob da noch einer war. Ich bin mir nicht sicher. Kann sein, dass er sneakt und in der Hoffnung ist, dass ich nach vorne komme. Aber dem Gefallen tue ich ihm nicht. Da, 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 da. Da, da, da. Ich finde das richtig schlimm, dass das Eisen hier so weit weg liegt. Ja. Oh. Die von links klauen unser Eisen. Naja, was heißt klauen? Krieg ich ihn? Naja, schade. Jeder hat eine Eisenquelle quasi. Naja. Oh, die Blues kommen in die Mitte. Waren die Blues Chelsea? Mhm. Alter, jetzt lass dich doch mal treffen, du Wurst. Okay, er gibt nach. Er gibt nicht nach. Er bohrt eine Wand. Die von rechts ausschein wieder. 28 Eisen. Ja, langsam wird es ein bisschen tricky hier. Dann noch hier ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, was hier gerade los ist. Ich sehe Pfeile von gegenüber fliegen. Okay, die gegenüber haben definitiv einen Bogen. Okay. Ich muss mit dem Eisen aber nach Hause kommen. Ja, von gegenüber sollten die dich nicht treffen. Nur wenn die in die Mitte kommen. Mann, weiß ich ja nie. Hm, soll ich in die Mitte laufen? Ist das tricky. Ich glaube, der ist auf seinem Weg. Ich könnte hier runterschießen, aber es ist riskant, dass ich meinen Bogen verliere. Ähm, warte mal kurz. Ich spiele genauso wie sie wie damals. Also das gefällt mir nicht. Ja, warte mal kurz. Ich muss mal eben. Dann können wir offensiv spielen. Wir brauchten halt, hier ist das Problem bei der Map, du brauchst halt das, wenn du Eisen willst, brauchst du wirklich lange. Mhm. Mh, mach mal hier, brauch ich das noch? So. Der Blaue. Nein. Was denn? Nöchte, ich hab ihn, ich hab alles ihm geschrien zu sagen. Also ich hab mich in seinen Kopf versetzt und nein geschrien, weil ich ihn getroffen hab. Ach so, okay. Jo, Eisen liegt in der Kiste. Dann geh ich mal hin zurück. Wenn du den gegenüber einen Weg ein bisschen abbauen könntest, die einen Bogen haben, dann könntest du mir das. Ich kann es versuchen, aber ich kann es nicht garantieren. Ja, ja. Die haben 13 Gold? Ich hab mir schon Goldschwert gekauft. Oh, dann kann ich ja was riskieren. Dann sag das doch. Und ich stehe hier und denke, mein Bogen ist heilig. Und ich werde nie wieder einen Bogen haben, wenn ich sterbe. Und Zitronen schmecken nicht nach Orange. Er weiß, vielleicht haben wir das nicht. Na, das kommt drauf an, was für Zitronen du hast. Ist denn da mit einer, ne? Ich. Aber sonst keiner, ne? Ich glaub nicht. Komm mal. Und das wird jetzt so gebaut, ne? Nö. Mach ich aber jetzt gleich. Ich lauf nochmal zurück. Ich hab schon wieder 20 Gold. Es ist einfach, du, hier ist viel zu viel, ähm, der Blaue baut gerade zu uns. Wow, der Blaue kommt hier klar. Nein, 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 nein. Ich werde sterben. Wow, was war das? Ich werde jetzt sterben, glaub ich. Hab ich dir das erlaubt? Fuck, irgendwas, wer trinkt was? Verdammt, ja, ich knall ihn jetzt ab. Ich weiß nicht, ob hinter mir einer ist. Bist du in der Mitte? Bist du in der Base? Nein, ich bin in der Base. Umdrehen. Nein, da kommt keiner. Alter. Schön. Ich wär dafür, ich bau mich da lang und dann... Bleib mal hier, wir versuchen die einen jetzt über die Seite wegzunehmen. Okay. Ja, die haben eh einen Bogen in der Mitte. Ich hab nochmal vier Gold mitgebracht, äh, schnell. Ich hab da mal einen Dreierbogen reingetan, den ich gerade hatte. Okay. Kannst du ruhig nehmen. Ja, ich nehm den eben. Pack deinen Zweier dann aber rein. Ja, sicher. Guck mal mit dem Blauen hier, damit ich da in Ruhe hinbauen kann. Mhm. Hast du beste Rüstung? Ja. Gut. Ich glaube, die Blauen kann sein, dass die gestürmt oder doch nicht. Doch nicht. Also hier ist noch... Das ist nur tricky, wenn ich jetzt hier faile oder so und die dann unseren Weg nutzen quasi. Aber dann bin ich ja hier. Ich würde sagen... Ich hab... Hm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Gott, was hat der hier... Schell nachher. Ja. Was hat der denn hier gemacht? Hm. Wo ist denn das Bett hier nochmal? Ach, ich weiß wieder. Die Leiter hoch. Ich überlege, ob ich's versuchen soll. Warte, ich baue mich mal hier ein bisschen... Ich verstecke mich mal ein bisschen hier hinter den Stein. Okay, und dann runterschubsen, wenn der vorbeikommt. Das ist vielleicht nicht unbedingt... Aber vielleicht laufen die gleich beide in die Mitte oder so. Ich seh die Schriften. Stimmt, stimmt. Das solltest du... Einer läuft, nicht. Wenn der zu dir kommt, probier ihn abzuknallen. Er ist runtergefallen. Profi. Na gut, so oft, wie ich runterfalle, sollte ich nicht lachen. Soll ich das vielleicht jetzt versuchen, wo der kaputt ist? Ja, vielleicht. Das Problem ist, ich weiß nicht, was der andere ist. Der andere ist in der Base. Wird beschossen. Von zwei Seiten. Ja, von der Blauen auch. Ja, ich seh's. Alter, habt ihr's mal bald. Das ist natürlich jetzt blöd, dass die den Bogen haben. Vielleicht kommt der mit dem Bogen hier hin zu dem Weg. Und dann kann ich ihn runter schlaßen. 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 Er will schon aus Schlagen und Lasen. Also, aus mir. Schlaßen. Es kommt einer, es kommt einer. Schlaß ihn runter. Aber es kommt der mit dem Bogen. Nein. Nein. Woher wusste der das die ganze Zeit? Er hat dich geschlaßt. Er hat mich geschlaßt. Woher wusste er das? Die Sau. Hm. Jetzt haben wir irgendwie alles verloren. Außer das Gold. Wir hatten alles und haben nichts. Okay. Und jetzt haben wir gleich noch ganz viele Sophia. Die kaufe ich einfach mal. Die kann man ja immer mal gebrauchen. Vielleicht sollten wir unser Bett auch mal ein bisschen einbauen. Ja. Ich meine, im Normalfall ist es, wenn die hier am Bett sind, schon fast zu spät. Hm, eine Enderpelle wird drin. Zwei, glaube ich, sogar. Zehn waren die, ne? Dreizehn. Oh, okay. Nur eine. Ist die Frage, ob das lohnt. Wir müssten abwarten. Hm. Wir können eigentlich nicht warten. Ich muss eigentlich nach vorne. Boah, ich darf nicht nach vorne. Links hat den Bogen. Ja. Okay. So. Das zu. Es ist ein bisschen zugebaut. Ja. Die vielleicht noch sowas damit, wobei, wenn die von oben kommen, ist es für uns schwieriger. Na egal. Ich gucke nochmal, was wir an Eisen haben. Ich überlege, was... Irgendwie, das ist schwierig. Schwierig. Was, wo? Ich wurde getroffen. Habe nicht damit gerechnet. Okay. Also Eisen haben wir auch genug. Ich frage es halt nur, dann kommt es jetzt noch auf die Taktik an. Ja, geil. Er hat mich getroffen. Die sind aber schießen verdammt gut. Und sehen so viel. Hm. Vielleicht haben die Brillen fünf viele, Mann. 36 hat der mir weggeschossen. 36 ist Eisen. Das ist ärgerlich. Ähm. Ich gucke mal, was ich machen kann. Guck. 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 Aua. 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 Der macht mir immer Aua. Aua, schon wieder. Aua, nochmal. Wir brauchen irgendwie Steine vorm Shop. Alter, der trifft mich mit jedem Schuss. Ja, sag ich doch. Da ist irgendwas... Irgendwie finde ich das auch sehr komisch. Ich muss ja sehr regere... Alter. Der trifft echt immer. Wir brauchen einen Schutz vorm Shop. Okay. Ich habe Steine. Ich brauche mal eben einen Shop-Schutz. Damit man da wenigstens in Ruhe einkaufen kann. Äh. Ich glaube, Markus... Alter, ich frittiere dich. Okay. Ich dachte, Markus, der ist ja schon wieder kaputt. Ich würde ja sagen, ich versuche mit dem Stick da hinzurennen. Aber mit... So gut wie der trifft. Ja. Der ist ja auch eingebaut. Da kannst du dich nicht runterschubsen. Das Problem ist, Schafe bringen auch nix. Schafe, beschieß dich. Das ist okay. Das habe ich nicht getroffen. Ach fuck. Hier hat irgendjemand den Weg abgebaut. Zweimal getroffen. Komm schon, Baby. Zeige ich dir noch einmal. Jetzt hier mit dem Weg abgebaut. Was für eine Farbe sind wir überhaupt? Gelb, ne? Ich weiß nicht. Ja, 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 ja. Boah, scheiße, dass ich dich nicht getroffen habe, als er gesprungen ist. Ey, dann wäre der geflogen, ey. Brauchst du die gerade alle runter? Ne, ne? Ich habe zwei in der Mitte runtergehauen. Sehr schön. Kannst du die Wege vielleicht abbauen, ne? Ich habe... Ich glaube, der... Nein, da ist er wieder. Mittel dazu. Da ist er wieder. Der alte Schlawine, Alter. Ich mache gerade hier von den Roten ein bisschen. Alter, kann der jetzt mal runterziehen? Alter, ist das langweilig, ey. Vor allem, das ist so sinnlos. Er trifft mich, ich triff ihn und dann regenerieren wir uns und dann triff ich ihn und er trifft mich und dann regenerieren wir und dann triff ich ihn und dann trifft der mich und dann regenerieren wir. Und die ganze Zeit einfach nur im Kreis, ey. Das ist so sinnlos. Wie ist sein Name? Ich müsste ihm schreiben. Ja, ist klar. Die hitten mich teilweise einfach mal kilometerweit weg mit der puren Hand. Das ist so... Ja, das kenne ich. Ja, ich habe ihn jetzt so gut getroffen, er versteckt sich ein paar Mal. Du bist tot. Oh. Ja, ich hatte nur vier Gold, aber ich habe den Weg von rechts ein bisschen abgebaut. Sehr gut. Ich habe ihn getroffen. Er weiß, dass ich hier bin, aber was soll er jetzt tun? Sehr gut. Das Problem ist, ich habe nichts. Oh, jetzt ein Schaf. Warum hatte ich kein Schaf mit? Da wird schon eins reichen, glaube ich. Boah, das wird alles wegsprengen. Ach man, Lars. Wieso hast du die Schafe vergessen? Lass dich töten und mach es nochmal. Du musst ihn vorher ein bisschen treffen, damit der... Hä, ich habe ihn gerade getroffen, um ihn zu schießen. Ich hatte dieses Geräusch. Ich habe ihn jetzt einmal wieder getroffen. Ich versuche es einfach. Du musst auch was nicht, dass ich von rechts will hier zu uns bauen, durch unser Eisen, ne? Mhm. Warte, er sieht dich. Okay, er sieht dich nicht? Doch, er sieht dich. Platz hier das Schaf, Platz hier das Schaf, Platz hier... Yes! Yes! Yes, versteck dich um! Dann lauf direkt weiter. Komm schon, wenn du gleich runterfällst, das wäre so geil. Komm schon, explodiert bitte richtig ordentlich. Ich bin tot. Egal, kommt schon, explodiert. Boah, die Schafe fallen runter! Aber damit kann man... Die sind runtergefallen, alle. Verscheuchen. Wieso können die, die verscheuchen nicht wir. Boah, da mal so ein Trichter ohne, damit die nicht runterfallen können. Pass mal auf rechts, ich habe was gehört. Die bauen, glaube ich, zu... Ne, die bauen nur noch einen großen Block. Ach ja, das Schafe. Ich liebe die Schafe. Alter, das ist sinnlos. Wir beide sehen die Pfeile fünf Stunden lang fliegen. Ich hole mir nochmal ein paar Schafe, dann hole ich mir noch Rüstung. Äh, die billige natürlich. Einen Stick hole ich mir. Einen Spitzhacker. Ich bräuchte halt jemanden, der mir das immer genau so kauft. Dann geht das viel schneller. Was bräuchte ich noch? Ein paar Steine vielleicht. Gut. Das macht keinen Sinn. Verstehen die nicht, dass es keinen Sinn macht, in die Base zu schießen? Vor allem auf so eine Entfernung? Ja, irgendwie macht es ja schon Sinn. Naja, wie? Das trifft mich ja nicht. Das sind ja die begrenzten Pfeile von Cytoxin gut. Ja. Wobei wir da ja auch nur ein oder zwei Runden gespielt haben, ne? Ja. Vielleicht sollten wir wieder hin. Das wäre eine Möglichkeit. Ich sehe den überhaupt nicht gerade. Von wo schießt denn der? Da, von dieser Mittelbeer, die sie sich gebaut haben. Irgendwer hat jetzt massig geholfen. Wahrscheinlich die von gegenüber oder so. Die habe ich beide gerade einmal gekillt. Können nicht so viel haben. Bist du das da, ja, ne? Ja. Ich hätte mir mal was zu essen bekommen. Kann sein, dass der Blaue, kann sein, dass der Blaue, nein, der Blaue läuft zurück in seine Base. Ist da keiner? Nö. Hier an der Stelle nicht. Achso, da ist keiner. Ich könnte nach vorne, aber dann ist unser, unser Dings unbewacht. Hm. Hm. Hier ist sehr viel Eisen. Ja, er trifft mich einfach instant. Ich bin zum Glück am Leben, aber. Aua. Hä? Die Schafe gehen hier raus. Das ist so. Grün. Grün ist, sind die rechts. Gegenüber. Oh, sehr schön. Das spielt uns in die Karten. Bei dem Rest ist der Weg abgebaut. Wir müssten die Links stark schwächen. Wenn wir das schaffen würden, dann hätten wir die Runde, hätten wir gute Chancen, die Runde zu gewinnen. Aber wie? Ist das bei denen? Ja. Man kann es nicht anrichten. Wahrscheinlich. Die Sache ist die. Der ist alleine. Der andere blaue hat ja gerade das Bett zerstört. Achso. Ach, er hat den Weg abgebaut. Oh Gott. Ach, schade. Ach, der nervt. Seh ich mal vor? Weiß ich nicht. Der ist runtergefallen. Der ist runtergefallen. Wurde wahrscheinlich runtergeschossen oder so. Hä? Keine Ahnung. Da ist aber wie gesagt kein Weg, ne? Ja, ich bin einfach nur hier in der Mitte. Dings, die sie selbst gebaut haben. Da kann ich jetzt halt nicht achten, ob der andere kommt. Ich kaufe mir mal jetzt wieder ein bisschen Sachen. Ich habe keinen Bock mehr hier. Wenn du dich beeilen könntest, dann könnten wir eventuell das Bett abbauen. Wie soll ich denn da hinkommen? Die schießen mich doch wieder runter. Die haben ja keinen Bogen, oder? Der eine ist gerade runtergefallen, habe ich gesagt. Ich glaube aber schon, dass die auf Reserve haben. Verdammte Reserve. Guck mal, da läuft einer. Der weiß nicht. Nein, die wissen nicht, dass ich hier bin. Einer ist in die Mitte. Wenn der gleich zurück mit dem Gold kommt, probiere ich ihn runterzuschießen. Wobei, ist da überhaupt einer bei denen? Ich habe einen nicht zurückgebracht. Oder der ist gestorben halt. Verdammt, ich könnte eigentlich... Warte, die sind in der Mitte und greifen sich nicht an. Wer? Ja, die gelben und die blauen. Mach mal Optifine, ich kann das nicht genau sehen. Gelb und grün. Ne, das sind beide... Hä, die sind beide... Bei mir laufen da vier Stück in der Mitte rum irgendwie. Ja, aber die kloppen sich nicht, ne? Bis jetzt nicht. Sag mir nicht, das ist ein Teamer. Das sieht komisch aus. Hä, jetzt schlägt der eine auf den anderen ein? Ich kann das nicht... Beide blauen sind in der Mitte. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ne, ein grüner ist in der Mitte, glaube ich. Wer baut sich jetzt dahin? Der grüne baut sich gerade zu blau. Soll ich ihn abschießen oder nicht? Nö. Ich glaube nicht. Die bekämpfen sich nicht. Sieht komisch aus. Die bekämpfen sich nicht. Was sind das für scheiß Teamer? Das werden wir sehen. Wenn das Bett fällt... Nö, da hat die nicht runtergeschubst, nichts. Wir haben keinen... Da kommt einer zu uns, da kommt einer zu uns, da kommt einer zu uns. Das bin ich. Ach so, okay. Ich kam nicht in die Mitte, weil die Säcke einfach wieder den Weg abgebaut haben. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich zu blau gegangen. Ja, die sind da zu dritt. Bei blau? Ja. Ha. Müssen wir auch Optifine besorgen. Das ist sowieso, glaube ich, wäre das eine gute Möglichkeit. Ich glaube, das verbessert sogar die Performance vom PC. So, ich habe wieder einen Weg zur Mitte, aber... Ja, was soll denn der Kack, Alter? Bauen wir den denn... Von rechts kommt einer, von rechts kommt einer. Von rechts? Ja, bei dir von rechts. Da ist doch einer. Nö. Oder die Beute nach hinten. Bauen wir bei denen vielleicht den Weg ab. Bei welchen? Bei den... blauen. Dann kann ich immer, wenn die in die Mitte wollen, die runterschießen. Ich habe immer Angst, dass einer von hinten kommt. Ja, ich passe so weit auf. Sehr schön. Was macht, da kommt einer? Wir schießen jetzt extra nicht ab, damit die nicht merken, dass ich hier bin. Wo bist denn du? Wir haben einen Bogen, ne? Ja. 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 So, äh, ich weiß nicht. Irgendwie... Irgendwie... Rot ist... Wie viel Gold haben wir? Ich habe 13 noch. 16. Einen Bogen sollten wir auf jeden Fall nochmal kaufen, oder? Ich kaufe mir einen Zweierbogen. Mach ruhig. Gucken, ob ich dieses Mal mit dem Eisen nach Hause komme. Wäre wünschenswert. Das ist ein ganzer Stack. Das ist mutig. Was soll ich tun? Soll ich da liegen lassen? Ne, aber wenn ich nicht so equipped bin, dann du bist schon wieder zurück. Na gut. Was machen die? Bekämpfen die sich ja. Das heißt, der Rote, wir müssten irgendwie zu rot. Änderperle, die haben keinen Weg, oder? Wobei, wahrscheinlich war das Eisen bei denen. Hm. Wir könnten zu unserem Eisen laufen und dann von da aus uns zu denen rüberwerfen. Die Frage ist, haben die Bogen? Okay, gewinn ist raus. Das heißt, es lebt noch ein blauer. Rot sind alle, ne? Rot sind beide noch da. Warte, bist du das? Ja. Ja. Das schreckt mich doch nicht immer so. Du musst kommunizieren. Ich lache doch nur. Ach. Ich habe keine Lust mehr Essen zu kaufen. Wir springen lieber einen Tod. Ich hatte nichts. Könnte ich wieder seinen Tod springen. Aber wie ich gerne sage, ohne nichts. Ich war ohne nichts. So, äh, da läuft gerade einer in der Mitte. Das ist der blaue. Die Frage ist halt, wo sind die roten? Von denen hat man irgendwie die ganze Runde nichts gehört. Und, äh, dann auf einmal betten alle weg. Der blaue ist in der Mitte. Wir müssen einen Kicker machen. Hat den Bogen? Ja. Wird das der Shot, der Schotts? Nein. Nein, jetzt nicht. Wird das der Shot, der Schotts? Kilometer weit weg. Hm. Hm? Hm. Kannst du vielleicht die, äh, roten Esch spielen, wo die sie so aufhalten? Die sind sehr... Agil? Die sind echte Assassinen. Man erkennt, man sieht sie nicht. Sie arbeiten aus den Schatten heraus und töten alle. Keine Ahnung, wo die sind. Ich sage dir nochmal zweimal Titten, dann schreibe ich den Titel Assassinentitten. Meinst du, Assassinen ist ein Clickgate? Naja, aber Titten. Deshalb sage ich ja, wenn man in der Folge sagt Assassinentitten, dann darf man das dann in den Titel schreiben. Das ist ein YouTube-Gesetz. Pass auf, du bist beschossen. Halt sie in der Hand. Halt sie in der Hand. Sehr schön. Wieviel hast du? Nummer 14. Sehr schön. Ähm. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich nenne die Folge aus Prinzip echt einfach so. Ich schau mal. Ähm. Werd kreativ. Ich gucke gerade mal. Ah, die sind beide in der Base, die roten. Die haben keinen Weg zur Mitte, ne? Ne. Man könnte nichts da richtig gut werfen und landet einfach irgendwo bei denen obendrauf. Der Blaue läuft zu seinem Eisen. Wünsch mir Glück, vielleicht schaffe ich es. Der Rote wollte gerade in die Mitte, aber jetzt hat er sich doch wieder anders überlegt. Lars, wünsch mir Glück. Schaffe ich nicht. Das ist zu weit weg. Aber ich könnte ihn eventuell... Warte, warte. Nein, der läuft zur Gegenüber-Base. Der ist bei der Gegenüber-Base, der Blaue. Also zu weit, so viel sehe ich nicht. Ja, und ich bin bei der... Beim Blauen. Ich sneak bei ihm in der Base, hier ist er gar nicht mehr. Ja, hoffentlich. Aber die Roten, hm. Hm. Ich muss diesem Elend jetzt ein Ende bereiten. Die Roten kommen in die Mitte. Die bauen in die Mitte. Die bauen in die Mitte. Ja, ich bin bei Blau. Ich bin bei Blau. Und ich treffe doch eh nicht mit dem Bogen. Oh Gott, ich hoffe, die kommen jetzt nicht zu uns. Der Blau überschießt die? Echt? Ja. Dann macht er einmal in seinem Leben was Sinnvolles. Wie weit sind die denn? Okay, einer ist tot. Was ist mit dem anderen? Kannst du ja gucken. Nee, ich bin am Shop gerade. Wie viel Angriff? Lars, stopp das mal gemütlich. Ja, sonst weiß ich ja nicht, ob ich nach vorne kann. Wenn ich jetzt da ankomme und die sind auch da, dann habe ich keine Chance. Wenn ich wüsste, dass sie zum Beispiel noch fünf Blöcke bauen müssen, dann würde ich die runterschießen. Da sind noch ein paar Blöcke. Verdammt, der Blau hat mich gesehen. Und die Roten sind jetzt auch alle tot gewesen, also easy. Der Blaue? Gut. Kommt der Blau in die Mitte? Verdammt, ich hätte ihn jetzt treffen können. Schaffe ich es. Solltest du vielleicht einfach mal tun und nicht nur immer große Reden schwingen hier. Ja, seit der Typ nur am Shoppen ist, ey. Klar, irgendjemand muss ja hier das Geld ausgeben. Ich brauche zwei. Es ist still. Es ist zu still. Ja, ich will nur den Blauen kurz rauslocken, runterschießen, dann könnten wir uns auf Rot konzentrieren. Aber erst als Fallfronten sind nicht so gut. Ich finde zwei Fronten gut. Ich darf nicht sterben, ich habe zu viel Sachen. Bist du ein Nachkomme von Adolf.h? Halt's den Maul. Sowas würde ich nie tun, machen, sagen, denken. Verdammt, der hat mich gesehen. Was für ein Sack, der hat mich gesehen. Was mache ich? Diese Torpedowurst, ey. Torpedowurst ist eine interessante Wortkreation, Markus. Oh, Mann, ey. Irgendwer teleportet sich, der Blaue, der Blaue, hundertprozentig. Oh, fuck, ich muss hier weg. Zum Glück hört man das immer. Man kann ich ja jetzt Rot gleich angreifen. Alter, ist hier viel Gold. Vielleicht war das doch nicht. Wäre auch wichtig, denn... Ich weiß nicht, von wo... ...fass alles ausgegeben. Ich habe 15. Ja, okay, das wird deutlich mehr als 15. Darf ich mich da rüberwerfen? Ja, mach das. Keine Ahnung, ich bin beim Eisen. Der Blaue ist weg, das macht mir Angst. Das macht mir richtig viel Angst. Alter, ich habe 37 Gold. Ich muss bestimmt sehr hoch werfen. Das ist, was ich... Verdammt! Lalalakata! Ich habe keine Ahnung, ich versuche es einfach mal. Nein, 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 nein! Tot, mit 38 Gold, der hat mich runtergeschossen. Ernsthaft? Ja. Haben wir im Base noch Gold? Ja, aber nur noch wenig. Ich bin gerade bei den Roten oben und sneeke. Okay. Perfekte Landung. Ich glaube, der Blaue kommt jetzt gleich zu uns. Sehr schön. Die Bollen in die Mitte, beide. Der Blaue kommt zu uns. Ja, der Blaue kommt zu uns. Ich kann aber nicht... Okay, ich habe nur einen Hit, ich habe nur einen Hit. Das muss funktionieren! Ich hänge fest! Das muss funktionieren! Yes, ich habe ihn! Ich habe ihn! Wunderbar. Oh, fuck, die kommen! Die kommen! Zu uns? Nein, zu mir! Egal, die haben kein Bett, das ist schon mal gut. Irgendwer schreibt mir! Nicht jetzt, Leute! Einen habe ich! Sehr schön! Wunderbar! Boah! Das war lang! Ja, bis zum nächsten Mal, da geht es hoffentlich wieder schneller. Bis dahin! Tschüss! Ciao! Ciao! So.